Erstmal müssen die Raiders ein perfektes Spiel spielen. Sie dürfen sich keine Fehler erlauben, denn die Vikings bestrafen diese sofort. Sie müssen sehen, dass sie ihren Game-Klein, den George Waffen und der Defense-Koordinator zusammen entworfen haben, auch wirklich H-Klein umsetzen. Und sie müssen vor allen Dingen diese verschiedenen, viele verschiedene Waffen der Vikings in den Griff bekommen. Edward, Ines, Gustafsson, dazu gegen diese enorm schnelle Defense doch ihre vier, fünf Jahres pro Versuch machen. Diese Niemann-Lage war die einzige Saison in der Lage für die Raiders. Und wenn wir schon gesagt haben, es sind vermutlich die zwei besten europäischen Mannschaften im Moment, dann stimmt das natürlich in Bezug auf Österreich. In jedem Fall sind die beiden besten österreichischen Mannschaften. Und in den beiden Semifinal-Kartien vor 14 Tagen haben beide bewiesen, dass sie hierzulande derzeit unantastlos sind. Etwas überraschend heute, österreichischer Meister, oder doch irgendwo damit gerechnet? Ganz überraschend kam es nicht. Ich habe nämlich sogar mein Ersatzband heute eingepackt gehabt, denn ich habe gehofft, dass wir gewinnen. Es war zwölf Jahre Aufbauarbeit und die gipfelt jetzt in einen Austrian-Ball-Sieg. Wir haben Europas Nummer eins geschlagen. Ich bin riesig stolz. Was folgt nächstes Jahr? Kann nur mehr die Euro-Ball anstehen, oder? Euro-Ball muss das Ziel sein. Und dort haben wir noch nichts erreicht. Wir sind einmal ins Viertelfinale gekommen, das heißt, da sind noch viele Ziele offen. Und wir werden uns Mühe geben, möglichst schnell nach oben zu kommen in der Euro-Ball. Hier wir gehen, Raiders' Power! Für die Titel haben wir nichts üblich gesagt. Herr Haupt, eigentlich ist er ja Magister. In Amerika sagt jeder auch den Namen und das andere ist ruhig. Eigentlich sind Sie auch noch Minister, glaube ich. Minister auch, ja. Vereinspräsident und Tierarzt. Tierarzt und Vereinspräsident. Er ist heute beim Endspiel der Austrian Football League, dem Austrian-Ball. Wie kommen Sie? Sie sind zum ersten Mal hier, aber sind Sie öfters beim American Football League? Ich bin schon lange ein Fan des American Football. Habe das in Amerika kennengelernt. Und in Florida mit das Auf und Ab der Tempa Bay Bacanillas mitverfolgt und mitgezittert. Und so bin ich dann auch in Österreich auf die Plätze gegangen. Zunächst nach Ramersdorf zu den Austrian-Balls. Dann auf die Ruhe und Warte. Ich habe zu einem Gespräch neben mir zugehört, weiß nicht, ob es jetzt nicht ganz auf record ist. Sie sind eher Fan der Terroian Raiders, wenn ich das richtig rausgehört habe. Stimmt das? Ich bin an und für sich Fan der beiden Klagenfurter Vereine. Aber man muss leider feststellen, dass sie mehr durch Nicht-Antreten aufgefolgt sind als durch gute Leistungen. Und daher ist es für das Finale, weil die Hälfte meiner Familie aus Innsbruck stammt und mein Vater Südtiroler war, naheliegend, dass auch mein Herz für die Terroian Raiders, Papa Joel's Terroian Raiders schlägt. Die Vienna Vikings haben schon so viele Titel. Die werden sicherlich nach dem großen Erfolg vorige Woche gegen Bergamo heute nicht ganz so gekränkt sein. Und da wünsche ich mir, dass hier auch in Österreich ein bisschen eine Aufwechslung an die Spitze kommt und dass eine gesunde Konkurrenz kommt. Das Kanalspiel vor zwei Jahren ist abgebrochen worden. Es ist jedem Fan noch in Erinnerung. Das heutige Spiel ist ausgewogen. Die Schiedsrichterleistungen sind gut und wir warten alle gespannt auf ein spannendes drittes und viertes Viertel. Die Gewinnprognose ist schwer, denn beide Mannschaften werden sicher auch durch die unerwartete Hitze für den heurigen Sommer. Einiges an Tribut gezollt haben und ich glaube daher, dass es weiterhin ein spannendes Spiel bleibt und ähnlich wie das Alpencup-Spiel unter Umständen dann eine überraschende Wendung im dritten und vierten Viertel noch nehmen kann. Ich hoffe auf die Terroian Raiders, aber... Wir hören gerade ein Touchdown im Hintergrund. Wir werden uns schnell ins Stadion bewegen. Herr Haupt, danke! Du hast die Aeroflane gesehen. Two Tage ago, du sagst, dass die Spieler's heads sind in den cloudsen, wo die Aeroflane jetzt ist. Sind sie jetzt noch da? Ich denke, wir sind jetzt auf der Erde. Der heads werden da sein, und sie verdient es. Was ist es? Frankly, ich war nicht so surprised, dass wir verloren. Ich war so surprised, dass wir nicht spielen. Das war sicher die beste Saison in der Geschichte des österreichischen Football. Die zwei Europacup-Siege. Der FH-Klub-Sieg durch die Papa-Jos-Tirolian Raiders und als Krönung der Europol-Triumph der Chrysler-Vikings. Also, Österreichs Football hat sich an der Spitze Europas etabliert. Ist wahrscheinlich die Nummer-Eins-Liege in Europa gemeinsam mit der GFL. Und jetzt auch noch der Überraschungssieg der Raiders in der Austria-Poll. Was kann man mehr wollen?